Alle der Superstars präsentiert das neue Walkman-Handy B880i von Sony Ericsson. Auf dieser Bühne wird sich alles entscheiden. Das war heute Pressluft-Handermäse! Das Samstagabend-Event. Super, du rockst dir das Haus. In der No-Moto-Show singen die besten Acht, die schönsten Love-Songs. Es ist der Abend der Superlative. Wer singt sich in die Herzen der Nation? Wer muss gehen? Großartige Talente, brennende Hoffnungen, große Träume. Nur sie zu Hause entscheiden. In der packendsten Show, die Deutschland zu bieten hat. Deutschland ist in der Fassad, morgen 20.15 Uhr, live. Get ready for the Superstars. Surf by Camp Level. There, live with the strength fruit. Wir berichten im Nachtjournal heute über den Countdown in Melbourne. In wenigen Stunden beginnt das erste Qualifying der neuen Saison. Wir schalten live in die Boxengasse zu Christian Danner, der für Sie die letzten Informationen aus dem Fahrerlager hat. Und Handys werden immer leistungsfähiger. Fernsehen, MMS, Internet. Nur die meisten Benutzer können ihre kleinen Alleskönner gar nicht bedienen. Außerdem, das Wetter spielt wieder einmal verrückt. Alle sind auf Frühling eingestellt. Da kommt der Winter zurück nach Deutschland. Mit Schnee bis ins Flachland. Das und mehr im Nachtjournal. Mein RTL